Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play mit unserem Sprengmeister Oh wie ihr seht, denkt er schon wieder als der Sprengmeister Ich weiß nicht, wie ich so alles mit einer Essen schocken Sag Hallo Ja, danke Herzlich willkommen Ähm Ja Ich hab grad in der Überlebenswelt gespielt Ja Ihr denkt vielleicht Hä, wieso hat er so ein Käppchen-Säckchen Ja Ich darf das drücken Ich darf das drücken Da kommt Sunstein Oh mein Gott Ja, er hat gerade eine neue Welt generiert Auf seinem Server Und Im Redstone facken Ja Ja Also er ist nur nicht so ein groben Minecraft-Spieler Es gibt noch viele Tracks, die er lernen sollte Nein, ich hasse nicht! Ja, ähm Ich hab jetzt ein Movistar-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer Ja 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 Ich bin ein Bucchi-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Planer-Plan Er will ein Werk wegbauen Und er springt sich alles hier weg Ich würd noch nicht heran gehen, willst du? Und gleich stirbt Und dann kommt so der Tochterbrunner eingeguckt So, äh Ich will mit dir handeln Ich will mit dir handeln Und dann so Oh, Batsche Jetzt war's vorbei Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Kohlenlos im Mittwoch Oh Gott voll durch die Doft Da ist Eisen, da ist Eisen Da ist Eisen Guck mal, da ist brech für die Luft So So, da runter jetzt Rezeptor und Passe Vielen Dank Oh Gott Ich guck mal, ob ich die Kamera besser einwischen kann So Los, geh weg Los, geh weg Ey, noch Dieser Lukas Äh, Quatsch, nein nicht Lukas Sondern Sprengmeister Er heißt nicht Lukas, er heißt Ja, wenn man so Ich weiß gar nicht wie der heißt Ähm Denkt er war ein Super Sprengmeister, nein nicht äh Jedenfalls Ähm 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 Kligo City Undercover the Chase beginnt süchtig Ohne Spaß Er ist wirklich süchtig Er hat heute bei mir übernachtet Er ist Und wisst ihr was Er ist Der war vor mir wach Ihn war langweilig Und, was hast du gemacht? Geht hin Nein, hat er nicht Er hat Lego City Undercover the Chase Und jetzt gespielt Er hat alles Ich hab Power Fighter gespielt Weil Lego City Undercover the Chase beginnt Ja Siehste Nö Jungen Schaff Ja Das sind Wir Schaff Na Schaff Ett Ich Entspel Ich weiß nicht, wie ich mit euch anrufen habe. Das ist jetzt so gut, ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Ah, ich kann mich nicht mehr aussehen. Prozent 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 vielleicht können die Betriebe der Verkürzung der Stoffe mit oder halt von ähm ich geh mal raus die Hülle ja die Zuschauer sind auch gut deshalb geh zu seiner Mutti und kauft meine Brille nein ich mach keine Werbung wenn jemand Werbung macht dann ich will ich auch keine Werbung ich mach Werbung für was mach ich eigentlich Werbung Alter heute ist ja schon Sonntag ich muss mal dringend gucken was jetzt auch rauskommt gestern hat er ja bei mir übernachtet und ich war auch bei ihm da waren wir in Großteilen und ich war gestern in die Körperwelt und das war richtig cool dort zeig ich auch noch was ich hab alles gekriegt bereit hey du einfach klären ich geh da nicht weg ich geh da nicht weg nicht in Dresden es war nicht in Dresden nicht in Dresden ich bin hello ich bin ich bin ich bin ich bin hier Lass dich mal einfach fallen, drück mal zweimal ab. Hallo? Ja, ich bin doch schlau! Lukas, komm her! Du kriegst nur ein Eis! Lass dich mal raus! Lass dich mal raus! Ey, du Hubschrauber! Sechs Wochen ist besser als ich, he? Ich bin ein Witzplayer, Alter! So, wieder geht ihr das Lass-Lass-Play über 10 Minuten. Das schreibt vollkommen zu. Sagt, wie euch das Lass-Lass-Play gefallen hat. Ähm, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, mal auf dem Monik-Alper. Und ich sage, tschüss! tschüss